Waffe in der Hand Squash AP90 AP90 Squash, okay Nur mal die Waffe in der Hand und gleich 4 Kills, äh 3 Kills rausgehauen Einen ist das was ich Also Wie ihr seht macht er den 1 auf 6 Mörder Ups Granate Okay Ich hoffe die hat ihn erwischt Immer dieser Iotech Kram Das macht einen so viel besser Ohne dass man wirklich gut ist Oder gut dafür sein muss Einfach wegen diesem kleinen Roten Punkt und Stabilisierung die dabei kommt und so weiter Ich dachte Da hab ich eingesehen Gleich einmal ist ne geschwadet Schön Oh komm Oh komm Können wir nicht mal in einem Raum vorbeigehen Kein Pfeffer Nein Nein Ich wollte die haben Nein Gladius mit Skin Gladius mit Skin Geinhalb Weißt ja ungefähr So commitments die Granate Da seh ich doch einen. Die hat doch schon Red Dot Punk im Visier. Warum macht man da noch so was drauf? Oh, die schützt mich mal im Moment. Oh, ich sollte in Sicherheit sein. Das erste. Ich hab den einfach nicht getroffen. Oh, mein Junge. Jetzt ist Schluss. Das ist mir sick. Oh, der ist tot. Schade. Mission fehlgeschlagen. 15 bis 15. Also ich find mich im Moment ganz gut. Da wird sich jetzt fast schon lohnen, mal meine KD zu löschen und von vorne anzufangen. Weil die nochmal aufzupolieren dauert. Das dauert eine ganze Weile, bis die aufpoliert ist. Wo ist die denn hier mittendrin? Ist gar nicht schlecht. 35% extra. Moment. Moment. B90, die hat mehr Distanz. Die noch mit einem irgendeinem Visier. Mann, ich wär so froh, wenn ich mal irgendwie eine... ...ne Visierwaffe bekommen würde oder so. Missionsziel eliminiert... ...alles eindlichen Einweg. An die Kugeln ran. Keine Art und ein Geldfuss. Noch eine, Leute. Das ist doch echt... Kein einziger Treffer und die einfach ein paar Schüsse in meine Richtung geworfen, das war's. Wer für Granate? Wer für Granate? Wer für Granate? Wer für Granate? Was ist das denn? EOTech Waffe. 5% Stärke oder sowas? Irgendwas müssen die doch haben. Was ist das denn? Wo soll ich denn doch mal rüber? Okay, er ist raus. Wenn man sich schafft es sich hier ein bisschen zu verschanzen, kann man auch mal snipen. Was ist die schütze Klinge? Ah ne. Red Vital. Nur Red Vital. Schade. Warum das? Wer für Granate! Schade, dass es nur die Red Vital war. Und nichts anderes. Die Waffe sah nach Gefahr was aus, die hätte ich schön nehmen können. Granate fliegt, Granate fliegt! Oh! Wieso treff' ich den nicht? Ich hatte doch noch kein Leben verloren! Oh! 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 Oh man, was ist denn hier im Moment los? Werfe Granate! Was sind die Waffen so aufgepowert oder was? Wir werden angegriffen! Lade nach! Werfe Granate! Lade nach! Nein, 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 nein... Dass der so blöd ist? Ich hab doch schon auf mischen. 4 5 7 Wieso stehe ich denn mitten auf der Brücke? Headshot, das einzige was ihn ich retten können das wäre er weg gewesen da sind die Leute hier also hier 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 Wir haben den Weg jetzt. Wir haben die Grenade. Wir haben die Grenade. Wir haben die Grenade. Komm. Oh shit. Was ist das? Was? Was? Oh. Was kommt man hier? Ja. Jetzt kommt man hier. Da. Da. nicht mitbekommen, gut muss er auch gleich sterben muss er auch gleich sterben das ist doch echt blöd was ist denn das war doch ein Kopfdrecker das sollte ich nicht beschweren blieb länger, blieb finde ich wieso auch nicht wenn er spawnt hat er bei mir dann habe ich keine Probleme probieren wenn der mir nicht die Sicht versperren würde dann würde er auch noch richtig gut klappen schade 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 Was ist denn hier los? Wieso kommt hier keiner? Nein, doch nicht durch die Säule. Was ist denn damit, dass sie so weit springen? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, der ist gegenüber. Zwei Leute und dann weiß ich nicht, ob du gucken sollst. Was ist denn das? Was ist denn das? Okay. Achtung, Schnapper! Nicht schlecht. 604. Schade, eigentlich wollte ich mich da rückwärts runterfallen lassen und in die Bahn stehe. Wo kommt der her? Da war doch wohl keiner von da oben. So ein Dreck-Sack aber auch. Moment habe ich schon meine Punktitive. Da, wo ich eigentlich aufpassen wollte. Okay. Das brauche ich nicht mehr. Mission fehlgeschlagen. Ja. Das Vorrücken der Gegner konnte nicht verhindert werden. Zwar nur mit einem, aber... Ey. Was soll... Irgendwas hatte ich mir überlegt, aber ich glaube ich habe es schon wieder... Erfahrungs- und SP-Buff, das ist immer gut. Das ist immer gut, auch wenn es nicht viel ist. Zwei Prozent, drei Prozent. Ne, jetzt mal... Ich glaube fünf sind das höchste, was man bekommen kann. Zwei Prozent, zwei Prozent, zwei Prozent, zwei Prozent, zwei Prozent. Ach so, von zwei abends bis zehn in der Nacht. 2. 3.